Die Frage, Leute, soll ich lieber 10 Minuten das machen, was ich gerade mache? Oder 10 Minuten Zirkeltraining? Ihr dürft abstimmen, jetzt bis 8 Uhr habt ihr Zeit. Die Frage, Leute, soll ich lieber 10 Minuten das machen, was ich gerade mache? Oder 10 Minuten Zirkeltraining? Ihr dürft abstimmen, jetzt bis 8 Uhr habt ihr Zeit. Die Frage, Leute, soll ich lieber 10 Minuten das machen? Welcome to my house, baby, take control now, we can't even slow down, we don't have to go now, welcome to my house, you heard me, we ain't gotta go out, cause welcome to my house, it's my house, it's my house, it's my house, it's my house. Okay. Okay. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an English man, kissed her in my neck and then I took her by the hands, and baby I just wanna dance. Musik Also Leute, ich befinde mich jetzt gerade hier im Geräteraum und die Frage ist, soll ich auf jeder 15 oder eher 12 drauf machen? Was haltet ihr davon? 15 oder 20... äh 15 oder... Also Leute, ich befinde mich jetzt gerade hier im Geräteraum und die Frage ist, soll ich auf jeder 15 oder eher 12 drauf machen? Was haltet ihr davon? 15 oder 20... äh 15 oder... Wunderschöne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Fitnessstudio bin ich jetzt fertig und dann kommt jetzt schon die nächste Frage, ich habe nämlich zwei Flaschen und ich wollte zu fragen, ob ich exen soll, eher Wasser oder Isu Spot getrankt. Ihr dürft jetzt abstimmen. So Leute, mir habt ihr gesagt, ich soll das Isu exen. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind die Simses, Leute. Ja, das ist ja Riesen. So Leute, die vorletzte Umfrage und zwar geht es gleich ans Abendessen, voll geschlitzt wie ich bin und barfuß. Was meint ihr? Soll ich kochen oder meine Mutti? Dürft jetzt abstimmen. Ich und meine Freundin, wir gehen ja später noch zu Traumwaffeln. Soll ich eine normale Waffel oder eine außergewöhnliche Waffel mal essen? Und ihr seht sie dann später.